Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein Audi-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal mit einem Baum zusammen. Momentan haben wir keine Hinweise zur Ursache. Es handelt sich hier um circa zwischen 50 und 60 Jahre männliche Personen. Wir sind jetzt dabei, die Identität des Toten zu klären und dann werden wir hier mit der Kriminalpolizei den Sachverhalt komplett bearbeiten.